Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu TMP Limitless 6. Ich bin absolut verwirrt gerade. Ich bin hier irgendwo in ein Ding gespawnt. Ich bin noch nicht so sicher, was das hier eigentlich ist. Mein Bruder ist auch mit dabei. Ach du bist in der Windmühle. Küsten. In deiner Windmühle? Nein, du bist in der Windmühle. Ach du ahnst es nicht. Ich bin in Hogwarts gelandet. Ich bin in Hogwarts. Ich glaube jetzt einmal ist raus. Ja, ich lerne gerade alles. Gehen wir noch mal ein bisschen umgucken. Was noch so los ist? Hui! Ich runterfahren bitte. Nicht sterben, wenn es geht. Aber wir haben schon mal ein Schwert, das ist schon mal sehr gut. und wir haben schon mal ein bisschen Rüstung, das ist auch sehr gut, für was auch immer, mein Bruder und sein Kumpel sind schon weiter, ich bin da relativ spät, es wird dazugekommen, aber da hätte es immer so viele von darüber erzählt haben, wie toll dieses Monpekt doch ist, habe ich mir gedacht, ach komm, dann spielst du eben halt auch mal wieder. Die Rundchen. Hui. Ok, äh, Rockworts musst du mal warten. Mal gucken, wie wir mal runterkommen. Was ist das überhaupt hier für eine riesige Stadt? Ja, sei froh, dass ich die Monster aus habe. Ah, ok. Da sehe ich schon jemand hoch gebaut. Da ist gleich ein Dungeon, da ist gleich noch ein Dungeon neben. Hier ist Teil von Hogwarts. Ich bin mir nicht sicher. Was für ein Teil das ist? Uuuuuh. Aua. Ah, uff. Fuuu. Fuuu. Fuuu trifft das, denke ich, am ehesten. Ah, ok. Da sind auch in Deutschland doof bewundert drunter. Was ist das da? Ja doch, ist doch gut. müssen sie nicht gleich eskalieren höhe du hast es nicht aus herr jesus ich würde sterben das sind für die das ist ein Jäger das Problem ist eher, das ist ein Facken alles da, raus, 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 raus ich habe die alleine, das sind zu viele verpisst euch kann ich in das Hauswesen reingehen ohne dass ich gleich probiert umgebracht zu werden das setzt sich nach Bildern an wenn ich nicht feststecken würde oh, Lune, oh, meine Sachen sind voll ja, du musst gleich gucken, die allerersten Quests, die sind einfach nur zum abhaken, da ist auch ein gleicher Rucksack mit drin äh Rucksack ein Schwert hm, der kommt weg, der kommt weg oh ja, ein Rucksack ein Rucksack, ist von nun kleiner, aber erstmal haben haben ist besser als brauchen müssen wir Essen mitnehmen und dann muss ich ja mal gucken, wo ich bauen möchte wir sind ja überall Kisten ach du Kacke hm wo kann ich sagen das ist aber auch nicht so nötig das ist mir zufrieden ich habe nichts getan oh, ich muss was essen auf jeden Fall brauche ich nicht hier so, gut, dann wollen wir mal anfangen ach ja, da ist eine Kiste mit Retoiten, der irgendwie mal auseinander genommen hat sehr sehr schön da sind ganz viele rote Blumen ich weiß noch nicht wo die beiden gebaut haben irgendwann werden wir uns das wahrscheinlich auch nochmal angucken aber Moment sieht das erstmal so aus, dass wir unsere schöne Plätze suchen wo wir anfangen können oh Kirschblüten ah, hier gibt es auch die Liderbäume auch schön wollen wir einen bunten Wald anfangen? die Kisten sind auf jeden Fall hier die, 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 die hier ist ein Dungeon aha ich muss aufpassen, dass man nirgendwo runtergriekelt okay das ist sehr sehr schön hier aber ich hatte eher mir so eine Grünwiese gedacht aber vielleicht können wir ja das da vorne ausnutzen und sagen, okay wir machen da was in ah ja und das ist wie live wenn so gut man hat Bärenhunger wenn man rennt hier ist eigentlich ganz hübsch aber da ist noch ein Dungeon ja, wie viele Dungeon gibt es denn hier? ah ne, da ist ein Brunnen das ist ein Brünnchen aber hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Rosen ok, hier haben wir anscheinend Wasser ok ach, da war auch ein Dorf auch schick da haben wir wahrscheinlich Terracotta da sind Häuser da ist auch ein großes Haus das ist auch ein großes Haus ach, wie viele Häuser gibt es denn hier? sehr viele ja, ich mag das schon sag mal, wo bin ich jetzt unterwegs? möchte ich mir das da angucken ich glaube wir müssen uns das da mal angucken habt ihr denn hier irgendwo in der Nähe gebaut? oh, tausend Blöcke Richtung Süden oh, ok irgendwann gibt es hier auch Waypoints ja ok hundis 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 wo sind die hundis hallo hundis 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 ist das ein Dungeon hundis 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 Ok, Kisten die versteckt sind, das ist doch garantiert wieder eins von diesen wundervollen Kisten teilen, oder? Ich hoffe, dass sie fallen. Moin, eine Kuckuckshuhe! Ok, aber ich kann nicht mehr so viel mitnehmen. Und hier sind so viele schöne Sachen. Ja, du wirst noch mehr schöne Sachen finden. Oh, ganz viele Kisten da. Und keine hat die ausgeräumt. Ne, das sind Dungeon-Kisten. Die spawnen für jeden einzelnen. Achso. Ah, ok. Da ist ein Dorf. Haben wir mit einem typischen Doom. Huiiii, ab und zwar. Ja, aber jetzt sind wir uns da, oder? Alles, was spawnt, kommt durch Dungeon und alles andere. Achso. Was du selbst auslöst. Ok, darum bin ich halt schon ganz viel ausgelöst. Ja. Könnte auch sein, dass das gerade irgendwie so eine Horde ist. Eine Horde? Ja, gibt sie auch. Na, ok. Die laufen hier dann rum. Hm. Moinsinn. Na? Heute schon was gefangen? Oh, ha. Ihr habt ja hier... Home. Warum ist hier Home mit drauf? Ok. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich bin. Ich habe mich jetzt zum Töbel importiert habe. Ach, Kairin. Hey. Für cool. Kairin hat wieder alles gegeben. Und schon geschlafe ich heute bei Kairin. Ich. Ich darf hier nicht rein kommen. Ach, ne. Ne, das... Ne, doch. Da sieht man anders. Ach, ach so, du warst ja... Ja. Bist du mit dem Leuchtturm gekommen? Ne, hier. Ich konnte auf Home klicken. Warum auch immer. Ok. Das gilt, das gilt wohl für alle. Ok. Wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Alter. Was zur Menge hast du da hingebaut? Ja, ich nicht. Ach, der Boppe dir. Ja. Ach so. Also bei mir nicht. Das ist ja gegenüber von mir. Das war ja ganz woanders. Was? Heilige Mutter Maria. Ja, das ist ja nur zum Versuchen, so ein Tempelhaus hierher zu kriegen, was nicht funktioniert. Ach so, weil er das abspeichern möchte. Ja, er hat es abgespeichert, aber irgendwie ist das weg und funktioniert nicht und ja. Au. Au. Alles klar. Gut zu wissen. Kann er einfach voll rupfen hier. Ja, das ist das wunderschöne Support am Wesen. Man kennt's. Voll cool. Da dürfen wir nicht rein. Ich will es mal kurz ein bisschen zeigen. Hier wird Biodiesel verarbeitet. Das hat er das erste Mal gebaut. Das hat er mir heute gezeigt. Voll cool. Mit Greifarm. Und er hält jetzt einen Freund. Names Jens. Hier oben ist seine Küche. Voll schick. Er kann voll toll bauen. Ich wünsche, ich könnte das auch. Ach, hier kann man es schaffen. Einen schönen Tag! Ich kann es nicht machen lassen. sagt ja die beiden sind ja schon ein bisschen den anbauen wie kann man also nicht ich bin natürlich nicht auf die beiden zurückgreifen probiert zumindest nicht sein die pro hilfe da sind sein neuer freund botanier weiterentwicklung bei der farbung in jeglicher hinsicht da drum ist noch noch mehr kram ganz viel kram da waren wir gerade erst bei der anderen sache bei 8 bestimmt kann ja auch nicht lange wo ja irgendwo anders bauen alles gut hier ist so ein bisschen system deswegen heißt auch sofort der kampf lache dieses themen ich hoffe dass wir einigermaßen irgendwie was sie kriegen mit dem opfer das hier ist auch ziemlich cool ich weiß dass wir wissen ja nicht Prozent Lutfabrikator Auge zum gerschen die sind gleich in Schraubung ab ab das kann kommen die noch tiefer jetzt in der ja wir müssen jetzt herr ist mal Das gucken wir uns gleich an, wenn wir irgendwo bauen. Irgendwo stirbt die ganze Zeit, ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, das ist unten in der Dings. Los, kommt so rein. Ja, jetzt gucken wir mal, ich muss auf die Karte. Da ist noch irgendwie was. Alpha, Let's Rucks Party. Okay. Gut, da dürfen wir eigentlich nicht bauen. Wart, Next. Oh, Messing, ein Baseballer. Ach, ich hab noch kein Rezept der Plätze. Da wurde ein Scheißschuldigung der Kugel abgearbeitet. Ich weiß mich immer noch nicht, wie diese blöde Kugel funktioniert. Aber die Bäume sind voll cool. Hier hat jemand gebaut. Hier haben wir probiert zu bauen. Komisches Zeug in der Erde. Das ist irgendwie eine Leuchtwiese. Wir fressen immer paar Katoffeln. Die wissen, wie weit das da runter geht. Oh Mann. Ich hab keine Ahnung, wo wir hier bauen wollen. Bei Kai Rembro da aus und Kai Rembro Platz. Immer. Immer wieder. Mama, da ist mein Bus hier. Hey, komm mal. Okay. Dann flitzt er wieder weg. Okay, hier ist Terracotta. Er ist schon fertig. Oh, ich bin geschweißen. Okay, das war diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschöken. Tschöken. Vielen Dank.